Boah, sauberer Blockstopp mit beiden Händen, das war so ein bisschen wie beim Volleyball, Holyfield, den nehme ich mal. Oh, und Bonga mit dem Anspiel auf Othello Hunter, das Ali Upley für die Bayern. Super Pass, wunderschönes Anspiel von Robin Amaze auf Nikolas Tischler. Die Attacke zur Mitte und es kotzt da gegen Gillespie und er macht die Tür zu. Träumchen, Lassisi auf Brian Griffin und das feiert er richtig ab. Ja, das macht Bock auf den Spieler, nicht nur uns Zuschauer. Also, was hat sich Sascha Filipowski ausgedacht für die kurzen Zeitraum? Das war für sich nicht der Plan, aber das ist natürlich ein absolutes Highlight. Felix Hoffmann von hinter dem Brett, da denkt man dann irgendwie an die Elegenten, die das auch mal gemacht haben. Das war natürlich ein klasse Ding. Der Einwurf über die Mittellinie in die Hände von Tobi Klepeis, der kann noch mal einen loswerden. Klepeis! Für drei! Der Tobi Klepeis Floater von einem Schritt über der Mittellinie. Nächster. Den hat er von der anderen Seite sogar von oben reingelegt. Ich leg mich mal fest. Max DiLeo, das reicht mir für die Top Ten bei Magenta Sports. Die letzten vier Spiele auf deutschem Parkett verpasst und da ist er wieder! Mit Foul, Sean Miller! Harte Schulterprobleme, ist aber nichts von zu erkennen. Oh, wow! Zu selten finden sie einen Dosenöffner, also einer, der so wie hier jetzt Williams in das Herzen verteilt. Williams! Hämmer das Ding durch! Ganz starke Aktion von Dean Williams, absolutes Highlight! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.